Rocksound vom 18. Oktober 2015 Komposition bei seltsam kennt sie Video, hören sie sich auf dem Video den Rocksound an, den sie frei verwenden können. Mit vielleicht zwei oder drei weiteren Instrumenten auf gleichen Spuren könnten sie damit einen Hit machen. Die Notenblätter stehen zum Duvenload im Forum, http.com, zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017